Diese 8 Tonnen Coals sind weltweit einzigartig. Das ist der Status Quo heute und marktführend momentan weltweit. Die Vorteile dieses Materials liegen klar auf der Hand. Erstens durch den runden Durchmesser ist die Verarbeitung bei unseren Kunden, ob auf der Richtstrecke oder auf dem Bügelautomaten, deutlich erleichtert. Und darüber hinaus werden wir hier in diesem Walzwerk unseren Kunden EPD-Werte zur Verfügung stellen können, die ihr gleiche suchen. L'impianto che abbiamo costruito a Riesa è, senza ombra di dubbio, il più innovativo e moderno impianto in Europa. Das liegt daran, dass die Knüppel direkt vom Continuous Caster zum Induktionsofen transportiert werden, über einen 300 Meter langen Rollgang. Dort werden sie ohne direkte Emissionen wieder jetzt auf Walztemperatur. Wir walzen dann bei reduzierter Temperatur und gehen durch mehrere Wasserboxen zum Softquenching, sodass die inneren Eigenschaften sehr gut sind und vor allem sehr homogen sind. Das ist ein Malig in der Welt der langen Produkte. Wir sind also die ersten, die dieses Produkt bis 8 Tonnen anbieten können. Und das heißt für unsere Kunden deutlich weniger Logistikaufwand, deutlich weniger Vorschnitt. L'evoluzione che abbiamo fatto proprio in questo impianto, che è il primo impianto al mondo che può produrre alle 8 Tonnellate, è proprio il fatto di poter garantire un processo stabilo e continuativo per aumentare la produttività a valle dello svolgimento della Matassa. Im Zuge unserer Fair-Green-Strategie wird der Spuler das Flaggschiff und das Aushänge schildert sein, dementsprechend mit einem wirklich sehr, sehr, sehr guten EPD-Wert. Wir haben mit Walzwerk B eine einzigartige Stellung in Deutschland eingenommen. Wir sind der erste Hersteller, der Spulermaterial in Deutschland herstellt, einen Quantensprung nach vorne gemacht. Wir sind der erste Hersteller, der Spulermaterial in Deutschland herstellt.